Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Solomon52. Heute spielen wir, wie man sehen kann, hier wieder auf meinem Kanal Solomon52. Ich stehe Leute. Heute sind wir wieder bei der Folge Trollen und zwar haben wir hier den Mr. Popper. Ich habe ihm so geschrieben, ja ich bin jetzt Vanish-Arbeiter am Server und ja ich guck mal, ich packe mal die Sachen hier weg. So. So. Ähm. Achso. Willst du ein R-Shop-Frage sein? Ne, ne, warte. Ich muss nicht schreiben, ja leg los. Wenn du vom Spawn weg gehst, kommst du zu Freebit. Moment. Warte, ich gebe ihm mal Essen. Wo ist denn der Typ jetzt schon wieder hin? Ähm. Also außerhalb der Bedwalk-Linie. Wo ist denn der jetzt hin? Wahrscheinlich ist er zu Plot-Welt gegangen. R-Shops. R-Shops. T-P-I-Va. Leute. So Leute. Äh. Ich geh mal jetzt hier. T-P mich zu ihm. Da läuft er. Ich hab' diese Schnee-Dings hier gefunden. Und ich würde sagen... Ähm. Slash-Brush. Spare. Motor. Top Loots. Was... Was ist das? Er schreibt irgendwie, das Wassermädel. Was ist das Wassermädel? Ach, bist du bei Schnee? Da ist ein Plug-in, was Wassertretminen macht. Das ist einfach so doof. So, wo ist er hin? Oben rechts, guck ich mal auf der Karte, wo er ist. Ja. So, leider. Ähm, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, was das Bomben. Ich würde sagen, was das Bomben ist, was das Bomben ist. Nehmen wir alles aus der Hand, gehen wir als Creeperin. Oh ja, wir haben sie noch als Creeper. So, Leute, wir laufen ihm hinterher. So, jetzt. So, ich bin jetzt wieder im Vanish. So. So, dann werden wir, ja. Und dann wird, und dann mit dem Umbring. Oh, komm Leute, wir machen mal sowas hier, und jetzt mache ich mal Tag und Sonne, dover Regen, ich glaube ich habe dover Regen, sorry. Okay, da haben wir den Tee gesetzt, yo, jetzt schreibt einfach nur, yo, sagen, so, wir schließen ihn mit dem Bogen ab. Fly, Nick und, was kann nochmal, was kann nochmal Premium? Fly, Nick. Nick geht nicht. Mach, slash, Nick. Komisch, er sagt, dass Nick nicht geht, aber Fly geht, ja, anscheinend. So, ja, okay. Geht es, Pex Group, ähm, et, at Essentials.fly, rejoin mal. So, ja, guck mal, wenn er rejoint ist, dann mit dem Nick. So, ich nehme schon seit 6 Minuten auf. So, wir lassen das ein bisschen weiter, ähm, dann tut es auf. so und endlich fragen mich schuldige leute bis jetzt nicht komisch ich fixe das später so jetzt ab brennen das brennt halt immer mehr ich glaube ich immer bin ich und jetzt mal oben leute so er wird sich halt total fragen was hier gerade abgeht jetzt schieße ich mal nein ah ja leute wir haben hier noch den slash troll befehl und ich kann ihn einfach mal ein pumpkin aufsetzen guckt da seht ihr es einfach und hat sich ein pumpkin auf sondern was lässt schon was haben wir denn noch fake op er denkt jetzt er hat op glaube ich aha was los ich habe mir einfach fake op gegeben lol hört auf womit fragezeichen oh ich glaube er checkt er checkt er checkt glaube ich was ich schreibe tut natürlich so warte hackst du fragezeichen so als würde ich gar nicht so wissen so was wer los wo er sagt ich kann gleich gehen ok warte mal wir müssen jetzt was richtig cooles machen das haben wir denn noch gebätsch äh border trollbows run first inf text ne kommen Leute wir nehmen special blockshooter aka blockshooter würde ich sagen das ist ja hier auch eine brennricht und ich schieße glöcke auf ihn die tun ich mir schaden zufügen oh er ist gar da habe ich schaden mit dem so das ist ja hier das ist ja hier aber ist ja hier